Ich will anheben? Gut, gut, als Schalom Aleichem Eich Allemens ist es sehr vergnügen zu sein mit Eich und zu dem 39. offenen Mikrofon. Und mir ist sehr glücklich, weil heute unser Gast ist Miriam Trim, eine Lehrerin von der Sache von den Unternehmern, heute und das ist ein Vergnügen. Erstens wollen wir anheben mit unser ZDocke-Projekt, wo Sarturo wird uns der Klären. Als Scholem Aleichem Allemens ist, weil ich reden ein bisschen wegen SPIR. SPIR ist eine ZDocke-Organisatie für Menschen in Durham, London, die seinen Heimlosen sind. Das sind Menschen, die kein Heim sind. Das, was SPIR tut, ist mir zu helfen, den Heimlosen zu bekommen, alle Sachen, die sie kennen bekommen. Aber eine Sache, das ist sehr schwer, das zu erreichen. So, und nun, zu sein aheimloser, to be homeless, das ist nicht nur, das meint nicht nur, nicht zu haben aheim. Es sind nur eine Sache, die die Menschen haben. Ich helfe die alle Heimlosen zu kriegen, die Diensten von der Council, von der Regierung und so weiter. So, we thank a lot the initiative from the Open Mic to help us. Danke allem und ich hoffe, dass wir alle eine neue Hoffenheim haben. Mit dem Mikrofon. Herzlichen herzlichen Dank, wir wollen die Verbindung später schicken. Und, wie gesagt, unser Gast ist Miriam Trin. Und ich will sagen, auf Viertel, auf Englisch, sagen Miriam Trin. Gut, Miriam Trin ist geboren geworden in Polen, aufgewachsen in Deutschland und heute gewinnt in 1996. Sie hat erhalten ihr ersten Diplom im Yiddisch und Philosophie von der Hebräischen Universität. Der Magister von Sorbonne Universität in Paris und Strasburger Mark Bloch Universität. Ihr Doktorat hat sie geschrieben in der Hebräischen Universität und er noch gewinnt auf der Postdoktorat in Baltimore. Sind 1999 lernt sie jüdische Sprache und Literatur, zwischendurch in Paris, Oxford, Wilne, Strasburg, New York, Tel Aviv. Und jetzt lernt sie in der Hebräischen Universität in Jerusalem. Miriam Trin hat veröffentlicht arbeiten in einem Traum von moderner jüdischer Literatur und speziell von Kurven Literatur. Sie setzt euch über, von und in jüdisch, und sie, zusammen mit Lievsen Neborskiy, haben gegründet Miriam Trin was born in Poland. She grew up in Germany and made Alia in 1996. Her first studies were in Yiddish and philosophy in the Hebrew University and later on a Master in the Sorbonne and a doctorate, a PhD in the Hebrew University. She also did a postdoc in Baltimore. Since 1999, she is teaching non-stop Yiddish language and literature. She has studied in Paris, Oxford, Vilna, Strasbourg, New York and Tel Aviv. She is a teacher at Hebrew University in Jerusalem and has also published different works in the areas of modern Yiddish literature and especially in Holocaust studies. She is also a translator and together with Elia Zerniborski, they have founded Yiddish Art, which is an amazing initiative to learn to teach Yiddish and Yiddish culture and literature. So, Miriam, welcome to Miriam. Thank you very much, Tamara, for this, and thank you very much for your support. And thank you very much for your guests and your organizers. And thank you very much for your support. Thank you very much for your support. Thank you very much. 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 Nähe Werte, she's creating new verbs based upon this basic word, Son, which is so basic, also as a part of the Israeli landscape and the way of life as well. So, she takes Son and makes new verbs in the language, she says, I'm absorbed by the sun, and I have almost too much of it, of the sun, I'm burnt by the sun, something like that. Und ob gesund, und da ist so a nuance, there's a nuance here between, ois gesund, so I have enough, in a positive way, and ob gesund, I have too much, I'm full of it, but it's already almost too much for me to bear it. Und die Poetisse rät wegen dem Keuch von Sohn. Und das ist das, was sie so kompliziert ist, wie sie zu setzen, das Wort. What makes it so difficult to translate this poem is that it's really based upon Neologisms, which means innovative forms, which the poetess creates by herself. Und you won't find them in the dictionary, so you will have to try out in your, each one in his own language, to feel the nuances reflected by the converbs, and to find the appropriate translation for it. So that will be some homework for you to do, try out to make your own translation. Aber das Lied präsentiert sehr schön dem Keuch, dem Keuch von die Konverben in Jiedisch. Und das ist, fahr die Unheber zwischen euch, was sie dürfen arbeiten schwer, die zu verstehen, die Konverben, aber ihr sollt wissen, dass the real secret of the Jiedisch language is in the converbs. So you have just to discover it, and then you will fully enjoy this language. Und das zweite Lied, was ich will euch vorlesen, ist von einer zweiten Poetesse, was ist euch an Isroldike Poetesse. Ist was ich prob, ist euch zu bringen, ein bisschen durch den Ekran und durch den Zoom, ein Stückchen Isroldike Hits, was ist also typisch für unsere heißen Mütter. Das zweite Lied ist von Rifke Basman, Ben Chaim, Was hat Le Havdel zu Rochel Fischmann, bis aher Seuche gewöhnt zu allein leben. Sie ist geboren 1925, und sie lebt bis heute, und ihr kennt alleine machen dem Rechben. Als kein Jungitschke ist sie, schon nicht, aber sie ist noch bei den Keuchern, und sie schreibt noch bis heute, und ihr kennt lehnen neue Publikationen, die sie publikiert. Heute hat sie publikiert eine neue Lieder-Sammlung, eine neue Kollektion von Lieder. Und wer von euch lehnt, es lehnt öfter dem Jiedischen Journal auf dem Schwein, was ich hoffe, dem Kove zu sein, dann Redaktor, wird in dem Comedic-Nummer, wo es wird eräuschen, in Juli, euch können sehen, Mamesch frische Lieder von Rifke Basman, Ben Chaim, wo sie heute geschrieben hat, Mamesch mit der Heudesch zurück. Ah, ich sehe, es ist da eine Frage von dem Oilem, die Frage ist so schön, dass ich kann sich nicht einhalten. Ich muss diese Frage stellen in der Chat, weil ich ein Jiedisch-Teacher bin, und du wirklich nicht hast, denn jetzt wird eine ganze Zeit über was ein Konverb ist, aber ich werde versuchen, es kurz zu machen. Konverb ist ein Kind of Prefix, das ergibt ein Jiedisch-Verb eine mehr Nüanzungsvolle Art und Menech. So, for example, just really briefly, if you have the verb, which is well known, I assume, even among all the beginners here, lernen sich, which is to learn. So this is the basic verb. And if you put, if you add to it a prefix, for example, sich auslernen, so that would be a Konverb, sich auslernen, changes the meaning of the to learn, and the to learn becomes to learn something fully, entirely, until the end. So you, as a beginner, start to sich lernen Jiedisch, and after years of studies, you can say about yourself, ich hab sich aus gelernt Jiedisch, which means you are done with it, and you know all its secrets and all its nuances. But that's a quite long way, but worth to make it, to do it. So this is a Konverb of ein Fuß, on one foot, as you say in Jiedisch. The second poem is by Rivke Bassan, Ben Chaim, and it's dedicated to a tree, which you could just see, which is called Jokorande, Jokoranda, in different languages, it will be slightly different pronounced. Auf Yiddisch hieß es die Jokorande, also wie die Poetesse schreibt. Und das ist ein Baum, was ist sehr typisch in Israel, darf gefahren ohne Friedling, aber also wie in Israel ist kein Emeser Friedling nicht, there's no real spring here in Israel, but it's immediately summer, in fact. So I thought that although the poem is called Spring, it could fit very well for a summer session of the open mic. is das ist das zweite Lied, mit an englischer Übersetzung. Friedling, die Jokorande hat verflägt zelowiver Gassen, und Menschen haben sich dort drunken in dem Blie, vorbeigeers geschmeichelt zu der Lilkeit, Poeten nicht verstanden wie und und bleiers und Papier in Schaffung und ausgemeckte Schures reht, verweist sich plötzlich mit Asa vergaffung und sinkt sich Liller Held. Die Jokorande hat verflägt zelowiver Gassen, und Menschen haben sich getrunken in der Blie, vorbeigeers geschmeichelt zu der Lilkeit, Poeten nicht verstanden wie. Ist die der doziger Boim wenn er Blit hier hat uns gesehen auf der Fotografie, ist bei Ames wie amin lile Jam mit seine kleine Blumen was wenn sie heben und arop regnen von die Bämer schaffen sie amin Teppich auf die Gassen und es ist visuell sehr ein starkes Bild. Mit das starken und schönem Bild grüße ich euch von Israel und ich wünsche uns einen guten Sommer und Winter in der Emerson macht mich stolz. Aber heiss mit Eidisch Wort A größten Dank Eich a hartziken schenem Dank a größten Dank Miriam sehr schön gut itzter itzter es Sergio Simson Lehrer Sergio Lehrer Simson a geboidner in Buenos Aires is an and a singer hebräis and spanish er is a psycholog and a professor in Buenos Aires Universitet Sergio Lehrer from Buenos Aires a professor at Buenos Aires University He is an actor and a singer and he also translates into Yiddish songs from different languages Sergio Zai Bagriest Yo Shulem Aleichem Maichalemenn Ich bin azoi zufrieden weil Jeden heute bin ich mit Teich und das ist Parmira an Emes Er Faryenigen Ich muss farlozen nochden weil mirom bin Ivo Buenos Aires an audizie radio wo es geht durch Facebook wo es Didi Shishu und Didi Shishu geht so in Knappe Zivet Sikior in Argentine Ich will ein singen Pharych zwei Lieder und einen sehr größten Scheich zwischen sich in Asak Sinnen und sind zugebunden sehr 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 zu meinen Hals und meine Schome die dosike Lieder verkürzte Lieder sind Ich und die Welt von Salmen Reisen und soll sein von Joosef Papernikow Wenn die ganze Welt soll leiden und mir alleine soll gie zum bloß das dann die ganze eine gelade in meine hoi Und dann die Welt, die ganze Zeit, ein Gehladen in meinen Häusch. Oberaz mi leiden beide, sa'j'di velt sa'j'rchalein, o di velt ni zewin zikimen, o ni chob ni zewin zikimen, o di velt ni zewin zikimen, o ni chob ni zewin zikimen. Soll sein, as ich boi in der Luft meine Schlösser, soll sein, als meine Gott, is in er geht's nischtu, in träumes ist mir besser, in träumes ist mir heller, in hulem der Himmel, is bloher wie bleu, in träumes ist mir besser, in träumes ist mir heller, in hulem der Himmel, is bloher wie bleu. Soll sein, as mein zil, wenn ich heimul nischt der Gangeh'n, soll sein, as mein Schiff, ve zun breg nischt der Gangeh'n, in träumes ist mir besser, in träumes ist mir heller, in er xulem der Himmel, is bloher wie bleu. Ich danke euch allen und ein spezielles Dank, meine andere Lehrerin Miriam Trim. Sehr schön, schön schön. Großen und herzlichen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank. Gut, jetzt sollen wir hören, Hinde, Hinde, Anna Burstin. Hinde Burstin wohnt im Land von Colin Falk, von Colin Falk, wo man ruft heit Melbourne, Australia. Idisch ist man, ist ihr Mann loschen. Sie ist ein Schreibender, Forscherin und lernt von Idischlöschen und von Idischer Literatur. Sie ist ein Aktivist, wo es kämpft für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit und umgekehrt ein wichtiger Thema in der neue geschriebenen Lied. Hinde Burstin lives in the land of the people of Colin, or perhaps you can correct me on this, Hinde. I think, Hinde, you are muted. Hinde Burstin lives in Melbourne, also known as in Melbourne, Australia. And Yiddish is her mother tongue. She writes in Yiddish, she researches and teaches Yiddish and the Yiddish language and also Yiddish literature. She's also an activist of the Yiddish language, but also she fights for liberty, equality and for justice. And ZEIN BAGRIST, Hinde. Acheinen Dank. Hoi, acheinen Dank. That was my last month's introduction. I don't know. Oh, what's really English? Ich weiß nicht, ob das ist. Also wegen Yosher, aber TAKE YOR. And das ist ein Lied, wo es ich habe angeschrieben. TAKE, oi vertellen wir, was mir reden herum. Feinz in Ovent. Oh, bei mir in Ovent. Bei Nacht. Bei euch, bei Tag. Wegen. Und ich habe es geschrieben, wenn meine Lebenbegleiterin, was stammt von Kanada, hat gemusst, zurückfahren kann Kanada, zu warten auf der Wiese, zu kennen kommen kann Australien und wohnen mit mir. Und es ist gewinnt sehr modern, weil wenn bei mir ist gewinnt Nacht, ist bei ihr gewinnt Tag. Punkt für mich auf dem Gerät, Hinde. Und Punkt für Hinde ist bei mir Winter und in Mitten Nacht und bei euch ist Sommer und bei Tag. Und das ist mein Lied am Banyan. Es glätten dich Wallis, die Brägen von Land. Ich sitz auf dem weichweißen Sand. Es scheint mir die Sonne in ein Pornemerein. Chlor, bleue Himmeln. Es darf mir gut sein. Wenn's noch gescheint ist, die Sonne euch auf dir. Wenn du willst, gewinn du mit mir. Bei dir scheint kein Sonne von dem Himmel ab. Sternen scheinen auf dein schlafen, dicken Kopf. Und es glätten nicht Freilis, nur fäderlich Schnee. Ich wollte dich der Warent mit Gläser nach Tei. Wenn mir wollten gekannt sein, wo uns gefällt. Anstort in zwei Ecken Welt. Unser... Oh, kennst du die Nammste? Bitte. Oh, okay. Unser lieber und gränetzen Wert jetzt geführt Zwischen Länder, wo seinen markiert. Warten mir jetzt Bei Versticko Papier Untergechasmet Von ein Offizier Wo sollte er leuben dir Kommen ein Herr Weil wie das Warten ist schwer Wenn ich bin ein Vogel Fliehe ich winden Himmeln weit Ich soll können sein bei dein Seid Wenn ich bin ein Fisch Ich fühle mich breite Janen Mir sollen können sein beide zusammen Ob ich bin blau Saffir Was mit Bänkschaft brennt Dich einzutulien in die Hände Es glätten dich alles die Bregen von Land Ich sitz auf dem weichweißen Sand Es scheint mir die Sonne in einem Ponnem Rhein Klo gläue Himmlen Es darf mir gut sein Wenn's Volk noch gescheint hitzt Die Sonne Euch auf dir Wenn du wollst gewähndo Hitt mir A danken A schenem Dank A bräuchem Dank Richtig 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 Sehr rierendig Ein größen herzlichen Dank Jetzt wollen wir Herrn Alejandra Charney Alejandra Charney ist eine Jüdische singe Und euch schreibt sie Lieder Sie ist geboren geworden in Argentinien Und wohnt in Miami Sie ist eine Therapistin von Musik Und Jotaro ist gegeben drei Kompaktlach No Alejandra Charney Alejandra Charney Was born in In Argentina And is living now in Miami The United States She is a singer and a songwriter And also a music therapist And has already published Three CDs Alejandra Charney Sei begrüßt A dank A dank A dank Ich habe Heute geblieben zu singen A Lied A Chaim Nachman Bialik Lied Over Den Musik Sie ist gewinn Mechabert Sein Bei Bernardo Feier Was ist gewinn Was ist gewinn A Schreiber A Musikschreiber Was ist gewinn In Argentinien Und ich will Dedikieren Ich weiß nicht Ob ich rede es sehr gut Auf Wiedisch Aber das ist es euch Ich will singen Das Lied Zu meinem Havert Judith Elkes Was ist da mit uns Heint Sie ist Die Einige Von dem Mechabert Von dem Lied Von Bernardo Feier Feier Und Das ist Dem sieben Verwurz zu singen Das Weil ich bin von Dome Amerika Ich wohne In Dome Florida Und alles Was ist geschehen In dem Dome In Argentinien In Dome Amerika Die Einige Die Einige Und Unter Weiglin In Gabi Melech Spélin Zich Moe Seg Shlo Melech Tzits Atz Kapot Kelech Pelech Ide Lech Fere Die Lech Du kannst singen mit mir. 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 gejummert. Und zweitens, A Chumisch Nacht. Die Schabbesmarke schwebt von weit, mit Chumisch Cedriss ruhig der Kleid. Und wenn Chob sich zu der Set, mit Chumisch umgeleint, und die Sternen winken, schön genug auf heit, klapp ich ohne jede reine Meitelwand, kommt mit Gold und Silber. Sech wie er spannt, Eliezer Schatten. Lichtig ist die Bänkschaft, dunkel ist die Nacht, los zum Glickreichs Schwester, Silberhell zelacht. Escher warten schlichem eurer Wundensfeld. Hört die Weidkeit zittert, zuckt und blitzt und ruft, Goldenzierung schimmern, sech in der Luft. Los zum Glickreichs Schwester, Silberhell zelacht. Wifkesch derchen scheinen, bette ganzer Nacht. Und escherliches. Der Mon hoten Settel, oif roit sich zablit. A Wintel is kiel, und der Mon oyer glit. Ich habe Bakosche, und ich drog sie im Mon. Der Wintel was lobt dem zerflackert der Mon. Du, Wintel schab es dirks. Ich guck dir ois schoen lang. Ich hopfer dir aschliches. Du mach vermehr Gang. Du lauf zu hinter Päschen, lauf über Barg und Toll. Was ois geworfen liegt sie im Goyischen Spitol. Was hat von Goyischen Schleppen sich ois gekrimpt dem Krach. Was liegt dort abgearbeitet die jene von Mark. Was bengt sein oinig Schabes dort weit von früh bis spät. Du bloß rein in euer, er welcher Pärg geht. Goyach, ein größen herzlichen Dank, ein größen herzlichen Dank. Es ist gefällt mir sehr interessant. Jetzt wollen wir Herrn Jane Pettlern. Jane macht eine äußere gewöhnliche Arbeit, in der jüdisch press. Jane does an amazing work discovering all these interesting songs in the jüdisch press and it's always very interesting to to get to know about these new topics and things. Zei bagriest. Das Lied ist von Lohromchinskys Eufführung Uptown, Downtown von 1917 von 5050 auf YouTube von Bruce Adler und Joanne Bortz. Aber sie singen nur ein Vers und ein Fein und sie hat mir ein bisschen übergemacht, die Melodie und Harmonie. Weiter. Wie ein junger Mann hat Louis Gilrod verfaste Sachparodies für die jahre Hüde Kerzen Ellenbogens Lieder im Magazin. Nur im 1917 ist das Arbeit weg. Und Gilrod ist bieslich weiß mit sehr gewinnendem, ungenommenem jüdischen Theater. Die Meise von dem zweiten Vers da hat Isidore Lilian gegangen wird für sein Lied Mierenickel Djeranickel in Fischl der Gerottener in 1935 von 30. Ich suche mir, wenn noch der Leben kommen, so die Zeit, wenn es wählen, wenn nicht sein, kein Bosses und kein Arbeitsleid. Die Sozialisten wählen machen es oft zu hohe und ein reich. Die Bosses mit der Arbeiter, während sie erzählen, du ein Hauptgleich. Fifty, Fifty, oi, oi, Fifty, Wander, Birk, Bett, Fien, Ochs, Sitzen und Schwitzen in den Klox. Fifty, Fifty, meine Treine im E-Team, kein Zeit verlieren und schnell anführen dem Fifty-Fifty-Ski. Mein Bruder Rieser hingegang, ich gebrochen eine lange Zeit. Kein Sache ist ihm nicht gelingen, muss er heute geteilt. Auf einmal kämpft er, hey, mit Geld und sagt zu mir, Ich bin kein Doktor auf Aper und häls ich mit die Kampagne. Fifty, 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 oi, oi, Fifty, Ich klink die Welt dort ohne Schir, Ein Nickel für sie und ein Nickel für mir. Fifty, Fifty, es geht bei mir auf Stimm, Ein Ziegler Stickel, zerst du ein Nickel mit dem Fifty-Fifty-Ski. Der Teure im E-In-Amerikä-Roppener geht geschäft, Die Trotz-Teure und die Untertäger stippen sie untergreift. Sie machen alles, Kiefty, Fifty, Schwindel und Kompagnie, Bis der Kanker muft er weg auf Washington Cemetery. Sie machen alles, Kiefty, Fiefty, Fiefty, Fifty, oi, oi, Fifty, Ich schild das Geld per Medizin und ich kriegd das Lachs und Veselin. Fiefty, Fiefty, Sessi, Bluffa-Lie, Möbel-Hee, Der Optical und der Undertaker, Sessi, Fiefty, Fiefty Schiehn. A-Gas stellt ein Kuppen, tut ein Gruß, die war schon schön. Verträusend, all eure Polismen, kennt ihr weg ins Feld mit ihr noch hin. Corona-Polismen und herzigart mit ihm. Fifty, Fifty, hoi, hoi, Fifty, der Polismen nimmt sein Tiergeschwind, wo's er heute noch ehrlich verdämmt. Fifty, Fifty, die Businesses nicht grün, wenn auf ihm schweigen, Polismen schweigen, sie sind Fifty, Fifty, Skimm. Wenn auf ihm steigen, Polismen schweigen, sie sind Fifty, Fifty, Skimm. Ah, danke. Sehr schön. Sehr komisch. Sehr komisch, sehr komisch. Oh ja. Jetzt wollen wir hören ein Duett von Aron Gersh und Madeleine Meilis. Von zwei verschiedene Länder, Aron Leif von Dorem, Afrika und Madeleine von Deutschland. Ich gucke Aron euch zu sehen, dass seit man grüßt euch, Baby. Ja. Nun, ich soll etwas sagen wegen der Situation. Linnig geht in Schule sich lernen. Er kommt zum ersten Mal in Schule. Der Lehrer hat ihn genommen aus Befrägen. Wie heisst du, Jüngerlöch? Nein, ich heisst nicht. Nein, ich meine, wie ruft man dich? Keiner ruft mich nicht. Ah, ihr fragt, was ist dein Nomen? Oh, das willst du wissen. Mein Nomen ist Lemmech. Ach, Lemmechel. Wie alt bist du, Lemmechel? Nein, ich bin noch nicht alt. Ah, ich will wissen, wie lange leibst du schon noch auf der Welt. Oh, das meinst du, Münster. Nein, ja. Was ist denn das? Er ist krank. Nein, ich meine, was tut er? Er hustet. Oh, ich frage, was tut er, wenn er es nicht krank und er hustet nicht? Tut er sich on und geht zu der Arbeit. Und bei was, bei was arbeitet er? Bei Tisch. Ach, was arbeitet er beim Tisch? Was me geht ihm? Aber was voran Arbeit geht man ihm? Was ist nur voran? Nein, Lemmechel, ich will wissen, von was versteht sein Arbeit. Er steht nicht bei der Arbeit, er sitzt. Ah, ich, bei was voran Arbeit sitzt er? Kommt schon, gesorgt. Bei was ist voran? Wo ist voran Arbeit ist voran? Von wann soll ich wissen, ich bin noch ein? Nu, wie soll sein als so? Zett sich, Lemmechel. Wir lernen nicht rechnen. Wer weiß, wie viel ist die helft von ein Pfiff? Ich weiß, ich weiß, Lehrer. Ja, Klaas, lang. Es ist, äh, zwei. Sie ist zu wenig. Drei? Nein, sie ist zu viel. Lemmechel, Tracht und Tracht. Nu, was steigt so, Lemmechel? Als ihr seid, als ihr seid nicht zufrieden. Sogt sich, zwei ist wenig. Sogt sich, drei ist zu viel. Nu, zählen kennst du, Lemmechel? Warte. Eins, zwei, drei, vier. Zähl auf den Kopf. Wie kann man zählen auf den Kopf? Ich hoffe doch, bleu ist ein Kopf. Oh, nur genug mit Rechen, man. Wir wollen nicht schreiben. Der Klaas schreibt, Lemmechel tut etwas in seinem Heft. So, was tust du, Lemmechel? Ich schreibe auf Riebel. Aber du kannst doch gar nicht schreiben. Ja, ich mach nicht euch, Lehrer. Da schreibe ich zu meinen Freunden. Er kann, sei wie sei, nicht lernen. Okay, nächst. Lemmechel, Entschuldigung. Lemmechel, für was habe ich dich nicht gesehen in der Schule? Weil ich bin nicht gewähnt. Sag mal, Lemmechel, seien da bei deinen Tätemamen noch Kinder? Nein, Lehrer, ich bin alle Kinder, die mir robben. Lehrer, zum Klaas. Rechent aus. Sieben wilde Chais, was leben in Afrika? Ich weiß, ich weiß, Lehrer. Er hat vier Leiben und drei Tiger. Was lacht ihr, Lemme? Ihr wisst euch nicht als Ding. Was meinst du, Lemmech? Oder mir Nächten gefragt. Wer ist mein Schere Beine? Oh, okay. Größten herzlichen Dank. Es ist einer von den schönen Dank. Eine von den guten Sachen, was geschert ist, dass wir ganz in verschiedene Erte und Zugräten, diese Pässe und das ist wunderlich. Es kommt ein Schäuach, ein größten herzlichen Dank. Gut, jetzt sollen wir tun etwas nur ab sechs Minuten. Wir wollen reden zwischen uns. Jetzt, mag ich vorstellen, Entschuldigung, mein Hint. Andrea Pankor. Andrea Pankor ist eine Sängerin, eine Lehrerin. Und sie führt der Chor in München, in München. Sie hat gespielt in Konzerten, in Lernkreisen, über der Welt von New York zu Varne in Bulgaria. Oder von der Deutsch-Danisch Grenze bis Jerusalem. So, Andrea Pankor ist eine Sänger, Teacher und Chorleiter in München. Sie hat Konzerte und Workshops all over the world, von New York zu Varne in Bulgaria, von der German-Danisch Grenze bis Jerusalem. Sei begrißt. Ich habe nicht geredet Jiddisch, ich weiß nicht, Asach, Kadoshim. Und ich bin ein bisschen aufgeregt wegen dem Jiddisch. Und öfter, ich will euch wechseln zu Englisch. Es ist mir ein bisschen neuer zu reden Englisch. Es ist mir ein bisschen neuer zu reden, especially during the lockdown period. Ich habe gebracht ein Lied wegen Blumen. Es ist geschrieben geworden von Moshe Brodersen. Er ist geboren geworden in Pöln. Er hat gelebt Asachjorn in Moskwa. Er ist geboren geworden in 1890. und mit der Deutschen in Vazie. Ich meine, das ist Jiddisch, ja. Und mit der Deutschen in Vazie ist gegangen in Moskwa. Dort noch der zweite Weltmechome. Er ist geschickt geworden in ein Arbeitslager, in ein sowjetisches Arbeitslager. Vor zehn Jahren. Er ist dort geblieben vor... Er ist zurückgekommen in Pöln, in Lodsch, wo er ist geboren geworden. Und er war der founder der Jung-Jiddisch-Literarische Gruppe. Und ich habe gefunden das Lied. Ich weiß nicht, ob es andere Rekordatien von Dossige Lied ist. Ich habe keine Gefühle gefunden. Oder soll ich singen das Lied, wie ich sing und sing und teach that song in my Werkstatt, in my workshops. Ja, bitte. Aber für Sie gehen wir mit Fuhle, Keuschen, Blumen anaschir, Gehen mir herumgenommen und bekranzt mit junger Blumen in dem bunten Zier. Singen, spüren mir und tanzen und von Glück die Augen glanzen, lassen weit sich gehen. Wer bekranzt will sein mit Blumen soll zu uns, zu uns soll kommen, kommen soll zu gehen. Mieren abgeben im Ganzen und in Felder weiter tanzen, lassen weit sich gehen. Lange mir gehen schein, geh ich geschwinder, weil mich seinen alle Kinder blieb mal allein. Langem Langem Ok, jetzt haben wir Ines Giermann. Sie hat geschrieben wegen ihr allein, die kennt so genau sich, ich bin eine Aktrice, eine Schreiber, eine Direktor von Theater. Ich bin geboren, geboren in Ukraine, bin geboren als Bolivianer Bürger und ich wohne in Argentinien, etwas wie so. Sie hat euch geschickt, der Kusch. So, let me, please, let me, with pleasure introduce Ines. She wrote that you could say that I'm an actor, a writer, a theater director. I was born in the Ukraine. I then became a Bolivian citizen and I live now in Argentinies, in Argentina, something like that. Ines, du hast das Wort. Ich habe jetzt gesucht, als ich bin geboren geworden in Ukraine, in Kursk, und man hat mir gesucht, dass Kursk ist nicht da in Ukraine, als ist Russland. Aber wenn ich bin geboren geworden, ist es gewesen in Ukraine. Sie sind ein Mischmasch. Ich will euch lernen, meinst, was ihr geschriebenen Leben, während 1891, unter, und es können sein auf einzig Tag eucher. Und es können sein auf einzig Tag eucher. Sie ist, also wie er hat es einfach euch geschrieben. Scholem weiß, Chaim ist ein Träger. Als er geht durch der Gas eingehäugert in den Kasten, sieht man ihn nicht an uns. Es sagt sich, als der Kasten geht allein auf zwei Fies. Doch schwere Othemen ährt sich doch von Weitens. Doch, und legt er auf die Last, bekommt seine etliche Groschen. Er gleicht sich heus, Othem stark hopp, bindt auf die Polis, wischt sich dem Schweiß von Pony, geht gleich zum Brunner, tut er vor Schlingwasser und läuft in Häuferein. Er stellt sich neben der Wand, hebt euch den Riesenkopf, also jetzt der Spitzbord mit der Nose, mit dem Daschig von dem Hitl, kommen euch auf ein Schettach. Er ruft, Chane! Von unter dem Dach öffnet sich ein kleines Fenster und ein kleines weiberisches Käppeln zerrt, Chaim! Das Portfol guckt sich ganz zufrieden an. Sie, die Schnee nehmen, sagen, sie ketschken sich. Chaim warft der Räuser in Farbins, eingewickelt in ein Stickelpapier. Chane, ich hab das Sies auf der Luft. Es hilft nicht der Richter Moll. Chaim hat Gork ein Häschen nicht, da wegzugehen. Geh, geh, Chaim! Ich kann sich nicht rühren vom kranken Kind. Ich hab zugestellt, das Wigel zum Käumen. Mit der Hand misch ich und mit dem Fuß wieg ich. Was macht es, Nebach? Besser, glaubt sie Gott. Und Chaim, euch weh bei der Neutern. Und Jossel, in Heider. Chaim läuft zurück auf die Bord, geht er weg und Chaim guckt ihm noch, bis er wird er verschwunden. Donnerstück und Freitag dauert es länger. Wie viel losst du in dem Papierl? fragt Chaim. 22 Groschen. Hopp, Mäurya, das ist wenig. Wus darfst du, Chaim? Verkäschen mit dem Kind, verhältliche Groschen Licht, Halle, ob ich schon im Fleisch euch. Und der Talb und Pfund, nur Bromfen auf den Kiewisch darf ich noch. Und sie rechnet euch, wo sie noch auf Schabes fällt. Sov, kol, sov, bleibt. Also, man kann Kiewisch machen über Halle. Und aus der Sache, und aus der Sache Sachen, ich sehe ihr ganz gleich zu begehen. Der Iker ist, wenn schon Licht, euch die Salb von Kind. Und von dessen Zweigen, als Gott helft die Kinder seinen Gesunden, die Menschen erleichtern nicht verschätzt, befragt euch, es ist noch du noch ein Kiegel, ob das vor Volk gar ein freiliches Schabes. Weil Chane, Isabelle zum Kiegel, ständig fällt die Reppes. Du Meil, du Eier, du Fetz. Und zum Sov, kimmt Arois, a Vetter, a Sisser, a Mechayewiker Kiegel. Es zägeizig Poshet, in a Leivrim. Du kocht der Malach, sogt Chane und Schmeichel Farnaches. Jo, a Malach, a Vader, a Malach, du meist, as du bist a Kleiner Malach, as du als Toys von mir und von die Kinder. Wie viel Mol tun sie dir anzures, ich wäre a Molbeis. Und erich eb ist, als Lolle fundiert die Andere bei die Weiber. Und was, du hast das Ach naches von mir. Du und die Kinder gehen nacket um Bordes. Zu was Toys, nicht zu Kiedusch, nicht zu Abdole. Und ich kann a Füllen nicht recht kein Schmire singen. Bist vor a Guter Tate, un a Guter Mann, as a Jür auf mir. Un a Chob un a Fisroel. Ich soll mich nor Eltern midir, reboi nischo Leulom. Und das Vorvoll guckt sich in die Augen herein, a Zoi gut, a Zoi warm. Un a Zoi mit dem ganzen Harz, as es dacht sich sei seinen Ersch von unter Kube a Reus. Es wird noch freilich beim Tisch. Noch schlafen geht heim zum kleinen Schulechler rein, Herrn Teure. Dort lernt am Elamet mit der Prost und Neulom. Es ist es, die Peinemer seinen noch verschläfen. Einer hat noch Adrimmel. Der Zweiter los da Reus a euch und genet. Nor wenn men schmues von jener Welt, von Ganeiden, von lichtigen Ganeiden, wo die Zadiki im Sitzen in goldene Träumen und lernen Teure, demolt werden alle öfgelebt. Die Meile roffen, die Peinemer reut. Men hört sich heim ohne Notem, was wird sein öf jener Welt. Heim steht gewähnlich bei Neuben. Er ötränen in die Augen, es zittern im Hand und Fis. Er ist im Ganzen auf jener Welt. Oh, ich hab der schwerer Notem. Was er ötein gehalten die ganze Zeit? Reb, reb, boin, ischol, oilom, hotcha, stiegl, hotcha, brocken, ju, oilom, habe, far mir, far my, far my, far my, far my, far my, far my wife, und far meine alle Kinderla. Um Demol wird er treuerig. Er freut sich, von was, far was. Einmal is er noch lernen, zugegangen zum Melamed. Rebe, sagt er, und sein Kohl zittert. Gibt mir eine Eze, ich soll keine Nobu, hollom, habe. Lern mein Kind Teure, ich kenn ich. Lernen Mishnayes, ich kenn ich. Sogt Willim, ich hab keine Zeit nicht. Daventerns, ich versteh nicht, wo sich Davent. Der Melamed guckt ihm, und hat mich, guckt ihm, und mit Rachmones. Was bist du? fragt er. Er träger. Un elftal mit euch achom ihm. Wo seist? Trog, le Moschl, alle farnacht in weiß Medrischhrain, a purkanem Wasser, die gelernte sollen homen zu trinken. Heimwerder freit. Rebe. Und mein Weib, als der Mann sitzt durch Verstuhl in Ganeben, ist das, sein Weib, ein Fußbänkele. Als Heim ist heimgekommen, ist Gane gestellt und gesagt, Gott, fahrer Brom. Und er hat sie wiedersehen. Und die Möppesong gehabt, mein Arzt. Nein, Gane. Ich will nicht, du sollst sein, mein Fußbänkele. Ich will dich aufheben und setzen dich leben mir. Wir will zusammen sitzen auf der Stuhl. Wie jetzt ist es, sie sind uns als Zeugie zusammen. Er ist Gane. Du musst sitzen mit mir auf einem Stuhl. Der Rebeunische Leulam wird Musen verstehen. Du hast uns geschrieben, Peretz, und ich mein, das ist verrentiget, ein Zeug. Er ist neu. 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 Alle kennen mir, aber ich will vorstellen, Simonin. Er ist ein Singer, Compositor, Accordion und Pianospieler in Newcastle. Er hat sich von seinem Anonym. So you all know me, I think. So I thought I would introduce for the first time Simon Tarrant. He's a singer, a composer, an accordion and piano player here in Newcastle, but he likes to really to be anonymous. Und mir heißen die neue Kappellia Ness Affen Tollichel. Ich hoffe, du erzählst, um, 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 uh, so this is, we had an interesting discussion. Mir haben gehad ein sehr interessanter Schmuehs auf Facebook, wie immer zu setzen, uh, Dien. Oh, die Amerikaner wissen nicht, was heißt Dien. Um, so we had a very interesting conversation on Facebook, how to translate Dien, um, because the Americans mostly don't know what that is. Um, we decided Tollichel, a little valley. So that's the, the Dien, where the miracle happened. And we present, present here. Okay. I don't know what happened to the rest of that. Uh, Summer in Newcastle. We are presenting Summer in Newcastle. Okay. Okay. Ready? Kinder kommt, der Frühling ruft, wo der Himmel klor die Luft. Es schwecken sieß die frische Blumen. Und die feichlich, freilich Brummen läuft in freien Fell. Hör die Fäglach, sie hingen, klingen, klingen, helft sie, tanzen, schwingen. Lichtig ist Gottes Welt. Hoi, hoi, hoi. Kinder, jetzt ist eier Zeit. Sitz, der Herr Schoen, gornig weit. Er macht Geldi, grünen Blätter. Er bringt uns a schlechten Wetter. Regen, oh, na so. Hör die Fäglach, sie hingen unter. Sätsch, sie hingen unter. Weil der lange Winter Wart auf alles a schloff. Hoi, hoi, hoi. Kinder, hingen, hingen, sie hingen unter. Sätsch, sie hingen unter. Weil der lange Winter Wart auf alles a schloff. Wieder. Sehr schön. Oh, ja, so munter, das Lied. Ach. Ja, das Lied ist geschrieben von Mordke Rivesmann. Und er hat geschrieben Hannekeu e Hannekeu, was alle kennt. Und ich hoffe, das ist von etwas, was hat Paulina arrangiert. Und jetzt noch ein Sommerlied, was heißt Winteravend. Und das ist von einem Lied von Avram Reisen, mit Musik komponiert von Michael Gelbert. Und noch eine Minute. Winteravend von Chadorin Seineine jingerlich gegangen. Seineine jingerlich gegangen. Je begassen, schmol und horem. Seineine jingerlich gegangen. Flieぞ. Und in Musik komponiert von mir und den Bekannten auf der Erde und auf die Dekke Fingeln schnell, brillanten, und um Fenster, wo nicht wo, wie ein feierlich wie zu. Wo nicht wo, akrom noch offen, sitzt ein Kremmerl am Mieder, murmelt still, was unverschloffen, hört ihm die Kinderlieder, wer hat ihm gute Säu und bang, von dem Kinderchen Gesang. Singen Kinder, Hacher, Hacher, mit dem Blick und dem Markarten, auf der Erd und auf die Döcher, winklen schnell, brillanten, und um Fenster, wo nicht wo, wie hinken feierlich wie zu. Oh, sehr schön, Baila! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Und, wieder zu meinem Rechima, jetzt wollen wir vorstellen, Daniel Galei. Daniel Galei ist ein Kompositor, ein jüdischer Schreiber, Spezialist in Jüdisch Intonation, was er lernt. Er hat sieben Bücher auf Jüdisch und vielzolliger Kompositor. So Daniel Galei ist ein Kompositor. Oh, Misha, entschuldig, entschuldig, entschuldig. Okay, Misha, in Zeitmüichel. Misha Shapiro ist nicht kein Mitglied von der Menschlichen Mien. Er hat sich zwar ein Oktopus. So Michael Shapiro, who we're now introducing, is not a member of the human race. He considers himself an Oktopus. Sei begreist. Ja, echt, ich habe nicht gelandet in dem, effene Mikrofon. Und ich habe gedacht, dass ich zu sagen was. Und zum Glück hat der Bord schon aufgeschrieben. Und mit dem Helf von Unzer Schmur-Leibeln habe ich es vertouched und verbessert. So, I haven't read for several months in Open Microphone, and I thought I would say why. But fortunately, the Bard has already explained everything. So, with the help of Schmur-Leibel, I have translated this from Hamlet, and then I will tell a very short story afterwards. Ich habe schon ein Listens, doch für was weiß ich nicht, verlore mein Freilichkeit, verlost mein Gewinn lecher Genietungen, und bei Amos geht es so schwer mit meinem Gemüt, als die Dose gegrüht lecher Ram, die Erd, zeiht ois, nur via Westerkopf. Die Sama, kerfriesen dicke Eberdach, die Luft, zeiht ihr, der braver Eberhengen dicke Oisprey, der majestätische Dach herumgeringelt mit Golden Fire. Nu, es dachte sich mir, es ist kein Schumssach anders, wie er mir ist, und mag ich für dich gesündel von Wettig sind. Was für eine Arbeit ist der Mensch, wie Adeldeck in Sechel, wie unbegrenzt in Möglichkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bewunderlich, in Tüung, wie ammalig, in Verstand, wie ein Gott. die Schönheit von der Welt, der Paragon von Vichaies. Und nachher, bei mir, was ist der Dosegertanzes von Steub? Männer gefallen mir nicht, nein, und freuen euch nicht. nur, und ich kann etwas zugeben zu dem. Ich bin gegangen zu der Doktorche. Was hat mich gefragt, und was macht ihr? und ich habe gegebenen, die Dosegertanz. Und dann habe ich geendet, und sie hat mir geguckt, und sie hat gesagt, nun, efter darfst du ein Antidepressionsmittel. Vielen Dank, Aula. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, so ich habe schon vorgestellt, Daniel in Jiddisch. Ich werde das überprüfen, übersetzen auf Englisch. So I already introduced Daniel in Yiddish. So Daniel Galai, he's a composer and a Yiddish writer. He's a specialist in particular in Yiddish intonation. He has written seven books in Yiddish and many compositions. So sei begrüßt, Daniela. Danke, Beile. Anders wie anderemol will ich das Mol lehnen, verreich, ein Lied, mein Zwiebel, was ich auch geschrieben. Und es ist nicht der Reihe in meinem ersten Liederbuch. Und der Memes gesagt, ich bin sechmeude und misswade, als ich nicht gewusst, was die Themen eint, ist Summe und Sohn und Baneiung und so weiter. I confess that I didn't know that the theme today is about summer, about sun, about renovation. And I chose a very sad poem. But I chose it already. And I'm very grateful to the people that translated it. And I will read it in Yiddish. Later, if we have one, two minutes, we can comment it. Mein Mischpoche ist Eule gewinn in die 60er-Jahren keines Reuen. So ist ich, meine zwei Brüder, meine Eltern, mein Vater, Sekhle Wuche, ist gewinn Akteur in Yiddishem Theater und er hat gehoht im Tidish 24-Jahren adok. Wenn ich jetzt vor allem Ende blieb. Es fällt mir die Zwiewe, Gott mit Verdross mein Vater sich baklokt, weisendig mit Anille gefiel die Händflachen zum Himmel. Aber siehmer toyshef gewohren, anäuele, poliet, midiorn, patriotisch akkapitschke weinikkel. Atom ozichfarin geäfent, geatmoire atrii zuton. Funko bisfis otanumetikait, im durchgebohet, eingeschrumpen, via Zeitungblatt gewohren, sein eigener Nekrolog. Auf der Regel hat er aufgeläucht, der Mond, die Klubfreund in Kavehäus, zwischen Corrientes und Poeredon, der Träum von der Theatersaison. Was ist ihm also gefällt da, auf der heilige Erde, dem Funk von heidisch Klang? Dann hab ich es kaum verstanden, nur ist, als er ist weg, weiß ich ganz deutlich, wie fremd, hot im Alt so is gesehen, und mit seinen fällen, dicker Zwiewe, is er grad gerecht gewinn. avu senen jene Leuptek von Onkum im zugesockt Land. Mein Leben otanaies Zwiewe, itzt, uif meine Lippen, murmlen seine Wörter, es fällt mir die Zwiewe, es fällt mir die Zwiewe. vielleicht mein Vater so, in Israel hat sich, gegen gar nicht bekloggt, nur die Zwiewe, es ist sein jene Welkut, hat er da in Bateam nicht gehabt, er hat gelitten sehr stark, ich hätte da viele Sorgen, das hat ihm gebracht, zu seinem Sof. Und mein Vater, wenn er in Israel, in den 60s, er sagte, ich bin mir meine Community, meine People. Und meine Community, meine People, es bedeutet Yiddish, die Worm, der Yiddish, und die Freunde der Theater. Und ich weiß, dass das Lied ist sehr autobiografisch, und das Lied ist sehr treuerig, aber ich habe gesagt, ich habe eine Fotografie, und er sieht mein Vater, in seiner letzten Stadie, sehr, sehr treuer, er ist kein Mann nicht gewinn. Und ich habe gesagt, gut, ich darf es ausdrücken, dem Gefühl, die Welt soll wissen, und alle Israelien sollen wissen, als sie haben gelitten, von dem, was wird ausgeworzelt, sie erlöschten. Und das darf nicht sein, also in der Zukunft. Ich habe gerade gesagt, dass ich eine Fotografie von meinem Vater, wo er sehr, 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 wie er in seiner Leben war. Und ich habe gesagt, ich habe einen kurzen Poem, das ist autobiograppisch, und ich wollte, dass die Jews in Israel nicht mehr, zu geben, ihre eigene Sprache, ihre eigene Sprache, ihre Freunde von der Vergangenheit. Das ist es. Das ist es. Sehr rierend. Sehr schön, Daniela. Das hat gebracht, das hat gebracht, das hat gebracht, das hat gebracht, Daniela, danke. Ich meine, Elia Saaf, unser nächster. Sie kann ich zugeben etwas, als Baruch, Barry Smerim, hat das Lied übergesetzt. Okay, so mir gehen zu Sofien, Sofien. Sie schreibt, my name is Sofie, I live in Kiev, Ukraine, I love playing with languages, and Yiddish is my perfect playmate. Ich heiße Sofie, ich wohin in Kiev, in der Ukraine, ich hab lieb spielen sich mit L'shoines, und Yiddish is der perfekter Spielchaber, Sofie. Shalom Aleichem, es ist unmöglich überzusetzen, das Lied guckt nicht auf der Übersetzung, und ich darf ein bisschen verstehen Latein und ein bisschen Französisch über dieses Spiel. Hello, it's impossible to translate this poem, so don't look at the translation, and you have to understand a little bit of Latin and a little bit of French to understand it, because it's, it's wordplay mostly. Gut. Milgräum. Du bist geboren geboren in Räum, von einer Kornäppel, mit der Teusendkerlech, wie der Sod, wie der Sod, wie der Seder, wie alle Äppel und Kerndlech und Kinderlech, wie Räum, Urbs et Orbis, wie alle Romance, ist, sehst du sich und sprichst du sich, Urbibus et Orbibus, wie der Äppel, wie ein Kerl, wie ein Herzl. Schönen Dank. Oh, Dank, Sophie. Sehr schön. Sehr schön. Danke schön. Danke schön. Sehr gut. Was, was meint Urbibus? Sehr schön schön. Ich, ich, ich... Sophie, hast du das geschrieben? Ja. Er hast du schon gehört, sehr schäferisch, sehr, sehr fein. Oh, ja, ja. Ich, ich, ich will, ich will fragen etwas, was meint Urbibus et Orbis? Ja. Ich bin neugierig zu wissen. Ja. Auf Englisch kannst du sagen. Es ist wie Urbibus et Orbi, like, to the, the city and to the world. Oh. And that city is Rome, of course. Ah. Rome is the model of the world. That's why. Ah. Sehr schön. Urbibus et Orbis is nominativ und Urbibus et Orbibus is... Ah. Is Merzol the city. Ah. Sehr fein. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, sehr kreativ, sehr schäferisch. Und... ist... ist... East End von London. Er Buch Whitechapel Noise erzählt eine neue Geschichte von jiddisch London durch die jiddische Lieder, was sind eine Reise gegeben von der erste Welt mehr Roma. Sie besetzt Londoner jiddische Schreibers und singt jiddische Lieder mit die Gruppen Klezmerklub und Katschenes. So, in English, Vivi is an historian of the Jewish East End. Her Buch Whitechapel Noise tells a new history of Jewish London through Jewish, through Yiddish poems and songs which were written before the First World War. She translates... Excuse me. She translates London Yiddish writers and sings Yiddish songs with the bands Klezmerklub and Katschenes. Katschanes. 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 Sei begrüßt. Du kannst treffn, wo's wird sein. Du kannst treffn, wo's wird sein. You can guess the ending. Oder ich will in ein anderer jiddisch offener Mikrofon machen an Hemsche. Das wird sein mein Neibuch, it's also going to be translated in this new book here, which is coming out in November, so that's your first peek at that wonderful cover picture. Mum, schreit zu mir ois mein Rachel, heint in der Frie von Bedrum, yes, mein Kind, wos willst du? Grät mir zu etliche Sandwiches, weil ich geh heint ois. Wos war ein ois gehen inmitten drinnen? Fräge nie kein Questions, Mum, nur tu wie man heisst dir, es ist ein schöner Tag und ich geh hei ois, mit Weven, mit Charlie, oh, schoing mit Charlie goor, nechten ist geveim Benny, ayir nechten Davy, hain Charlie, um wervet sein Morgen, oh, Mum, don't be sarcastic, Charlie is a lovely boy, un erhot mich lieb, zog der, unit kein Neyes, nu, un wohin geht men dos ois, meg ich wissen, heikin. Wo liegt das? In welchen Gegend? Oh, das liegt in ergens nit, Mum, das geht men, azoi iber Felder, Felder, gleiche uchime weggen, azoi lang bis man werkt mied, ruht men sich ob, und men geht weiter. Er meisse, uh, nech, reist es, ha? Ich seh nit dem Fall genegen, was men gen hoppen von herum schleppen sich glatt in der Welt herein. Nor, Meile, kum, kum, kum nou areiner herin, ich will dich ebbes fregen. Rachel is rein gelaufen, mit ahlechiken gelächter, und az ich hab ihr dersehen, bin ich schil gefangen, in chalusches, ungeton, is sie gewinn, in a paar häusen, mit an offenen mener'schen hemd, a paar größer schweren schich, a sack of die pleitzens, und a sigarett in Maile. Moid, hab ich eich ois geschrien, mit hals wehtog, Moid, bist du auch von Sinnen? Was tut sich mit dir? Hast du nie kein Derich Ernst, von der Mama vergott und verleiten? Wie es weiß mir, wenn der Tater deiner soll dich jetzt angucken, starb er a teute. Shut up, Mom! Don't talk nonsense, haus ich mein Tochter zerbezet auf mir. Du bist altfaschend, aber ich bin modern. Mir is a sach bequemmer in die Häusen wie dir im Kleid. Rachel, hab ich eich ois gerufen mit Bitterkeit. Moid, sollst schön ois tun, die Häusen. Sag ich dir, ich will es nicht leiden. Das passt nicht von kein jüdischer Tochter und von dir, wenn man sagt, es ist gewähne, a roh, wa wadernit. Du hörst Sinnen. Wie vielmal hab ich dir schön gesungen und dir gelernt, sollst du mich nicht rufen, Rachel, nur hey. Du hörst Mama, hey, und nicht Rachel. An so vielen Jahren bist du schon in London und du kennst noch ernst nicht reden wie ein Mensch. Das ist gräßvoll. Ich schäm sich vor meiner Freund, was kommen auch einer her. Man hat angekläppt im Tier. Das ist Charlie, Mom. Sollst du sein freindlich zu ihm? Du hörst? Rät sie ihm Englisch, weil er versteht nicht kein Jüdisch. Und ruft mir nicht. Rachel, hat sie befreulich. Es ist eine reine Bocher, ungetan Punkt, wie sie. Das ist mein Mama, Charlie, hat Rachel vorgestellt. Ich hab sich gewollt in ihr Neukam sein und sich gemacht nicht herndig. Mom? Das ist mein Charlie, hat Rachel gesagt mit Kass und mir zugeworfen am Besenblick. Ich hab sich vor ihr erschrocken und ein gezwungenem Schmeichel getan. Er hat doch beide ein Ponym, hab ich kelloi marscht, gelacht mit Jasch-Tscherkes. Es ist schon bald nicht zu erkennen, wer von euch. Es ist der Mann spiel und wer diene Kiefer. Also auch und wei zu der Heimte komode. That's all right, Mom. Wir werden nicht machen kein Mistake, hat Charlie gesagt mit Sicherheit. Was war denn, Mom? Bin ich dir? Herr Achutzpah, der ersten Mal sehe ich ihm unscheu. You see, Mom, hat Charlie gegeben zu verstehen. Ich geh doch ois mit dein Tochter. And I am sure it'll be okay. Du sagst mir zu und auf dem Chespen rufst du mich schon, Mom? Ha? Also ein Poshut. Ohn Chupu Gdushin. Ohn an Unterfiren. Ohn a Chassenerin. Ohn a Chassenerin. Also ein glatt, Hefgert, Petrischke. Man lacht von der Welt, heißt es. Man tut was man will. Und das heißt bei euch Moderne. Und ihr wird öfter. Ich soll sicher wegstellen, tanzen vor Gedäule. Rachel, ich will es nicht leiden. Bei mir geht nicht der selche Tschig. Du hörst zu nähen. Das ist das, was ich will lehnen, Heinz. Und ja, es ist welkommen ein Ende. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mit großem Gefühl. Ich will etwas zugeben. Katie Browns Jingle ist Rav Jeffrey Schissler. Und Rav Schissler ist... Nicht Jingle. Nicht Jingle. Es ist ein... Wie ist dein Bubbe? Und er ist... Einnekel. Einnekel. Einnekel, habe ich gemein, entschuldig. Einnekel. Und er ist Rav in der Chassenerin. Ich lerne mit ihm da. Das ist mein Lehrer von Chassenerin. Von der Kunst von Chassenerin. Aber er... Entschuldigung. Aber er redet nicht kein Jiddisch. Er redet nicht kein Jiddisch. Nur ein Wort. Ein Wort. Oh, ihr Brach. Oh, ihr Brach. Oh, ihr Brach. Er hat gesagt, dass er so ein bisschen lernen soll. Ich will zugeben, wieder zu dämonen. Zu geben zu unserer Fundraising. Zu unserem Zidaka-Projekt. Fahrt heim. Fahrt heim, Bela. Ja, ja. Ich lass mir aussagen. Und dann du kannst etwas sagen von King of Lampedusa. Okay? So. Das steht... Das steht wieder in Chat-Ketzel. Just giving. Und jetzt haben wir etwas wegen ein Spiel. Ein Theaterspiel. Das heißt, The King of Lampedusa. Das hat... Das ist geführt von Helen Baer. So we're having a play called The King of Lampedusa. Which is directed by Helen or Chaia Leber. Und übrigens, du kannst sehen wie hast es getan. Aber... Ich muss sagen, dass alle unsere Chaverim... Oder... Ein Teil von unserer Chaverim spielen so. So wir haben Steve. Wir haben... Rachel was hat das untergestützt. Misha Shapiro. Tamara. Und Vivi. Und das ist ein Donnerstück. Die kommende Donnerstück. Eine britische Zeitacht. So we can see from this that many of our people are involved in it. Steve Eugen. Eugen. Rachel Weston, who was one of the founders of this group. Misha Shapiro. Tamara. And Vivi. And of course, Helen has been very involved with us. So please come. 8 o'clock. On the 24th of June. Und... Zum Sof haben wir eine Haftsocke im Juli und August. Und wir treffen uns wieder... Kannst du teilen die letzte Ekran? Ja. Ja. Wir haben eine Haftsocke. Und wir sehen uns wieder am 26. September. So ich wünsche allen einen guten Sommer. Und... Und gute Yom Toivim. Und... Und Schabesses. Und Chols. Und... Und so gute Sachen. Und ich danke... Ich danke allen von dem Kommen. Und für was haben wir mitgeteilt. Und für was haben wir mitgeteilt. Und... Untertitelung des ZDF, 2020